24. Juni 2002, West Columbia, South Carolina, USA. Es soll ein wunderschöner Tag im Leben von Kara Robinson werden. Die 15-Jährige hat bei ihrer guten Freundin Heather übernachtet und die zwei hatten viel Spaß bei ihrer Übernachtungsparty. Für heute planen die beiden Freundinnen einen schönen Ausflug an einen See in der Nähe. Das Wetter ist perfekt dafür, die Sonne strahlt warm vom blauen Sommerhimmel. Die zwei Mädchen sind voller Vorfreude und möchten so schnell wie möglich los. Headas Eltern sind schon zur Arbeit gefahren, also haben die Freundinnen freie Bahn, um schnell zu frühstücken und sich fertig zu machen. Dann ruft Headas Mutter an und bittet die Mädchen, vor dem Losradeln noch die Blumen im Vorgarten zu gießen. Die beiden wollen keine Zeit verlieren und so beschließt Kara, schnell allein die Blumen zu gießen, während Heather unter der Dusche ist. Sie steht mit der Gießkanne draußen, als sie auf einmal ein unbekanntes Auto in die Auffahrt hochkommen sieht. Es ist ein grüner Pontiac Trans Am. Der Wagen hält direkt vor dem Grundstück und ein unbekannter Mann steigt aus. Er hat einen Stapel Prospekte auf dem Arm und auf seinem T-Shirt steht über die ganze Brust der Aufdruck Salesman, also Verkäufer. Das ist die Erklärung für den fremden Mann mit den Prospekten, denkt Kara. Er will Werbung verteilen. Sie nimmt keine große Notiz von ihm, während er den Weg zum Haus herauf auf sie zukommt. Sie macht sich auch keine Gedanken, als der große, bärtige Mann mit Baseballcap sie freundlich lächelnd anspricht. Er möchte wissen, ob ihre Eltern zu Hause sind. Ahnungslos antwortet Kara, dass sie nicht in dem Haus wohnt. Als nächstes fragt der Mann, ob erwachsene Personen zu Hause sind. Mit jugendlicher Naivität erklärt Kara ihm, dass die Eltern ihrer Freundin schon auf der Arbeit sind. Immer noch freundlich lächelnd geht der vermeintliche Prospektverteiler ein paar Schritte auf die 15-Jährige zu und hält ein paar Werbezettel in der Hand, die er ihr angeblich geben will. Plötzlich steht der Mann ganz nah bei Kara, viel zu nah, und das nächste, was sie spürt, ist die Mündung einer Pistole, die ihr gegen den Kopf gepresst wird. Der Mann, der ganz offensichtlich kein normaler Prospektverteiler ist, fordert Kara auf, mit ihm zum Auto zu gehen und auf keinen Fall zu schreien. Kara tut, was ihr befohlen wird. Sie wehrt sich nicht und bleibt ganz ruhig, als der Fremde sie zwingt, auf den Rücksitz zu steigen und in eine große Tonne zu klettern, die dort liegt. Die Tonne wird verschlossen, alles wird dunkel, doch Kara fühlt, wie sich das Auto in Bewegung setzt. Während der Unbekannte mit Kara in der Tonne im Auto davonfährt, ist Heather noch im Badezimmer, völlig ahnungslos, dass ihrer Freundin gerade etwas Furchtbares passiert. Als Heather etwas später aus dem Bad kommt, wundert sie sich. Kara ist weder im Haus noch im Garten. Alle ihre Sachen sind aber noch da. Heather versteht nicht, wohin ihre Freundin verschwunden ist, denn die beiden hatten doch schließlich vor, den Tag zusammen am See zu verbringen. Sie überkommt ein ungutes Gefühl und sie ruft Caras Eltern an. Auch die haben nichts von Kara gehört, genauso wenig wie alle anderen, was sie schon in den nächsten Stunden herausstellen wird. Voller Panik wenden sich Caras Eltern an die Polizei und geben eine Vermisstenanzeige auf. Der Tag, der so schön werden sollte, ist zum Albtraum geworden. In den nächsten Minuten schauen wir uns an, was mit Kara passiert ist, nachdem der Unbekannte sie entführt hat, welche erstaunlichen Wendungen der Fall nimmt und warum das Mädchen von der Polizei zur Heldin erklärt wird. Wenn du keine spannenden Fälle mehr verpassen möchtest, dann kannst du diesen Kanal gerne kostenlos abonnieren. Vielen Dank für deine Unterstützung. Starten wir mit dieser kurzen Dokumentation. Vom ersten Moment ihrer Entführung an ist Kara vollkommen gefasst geblieben. Mit einem für diese Situation mehr als ungewöhnlich klaren Kopf hat sie nicht nur verstanden, dass es ihren sofortigen Tod bedeuten würde, wenn sie sich wehren würde, sondern sie hat auch damit begonnen, sich alle Einzelheiten über ihren Entführer zu merken. Sie erinnert sich haargenau an sein Gesicht, seinen Körperbau, seine Kleidung und seine Art zu sprechen. Auch sein Auto hat sie sich genau eingeprägt. Kara macht sich auch im Auto, während sie in der Tonne liegt, weiter ihre geistigen Notizen. Sie merkt sich, wie oft das Auto links und rechts abbiegt, in der Hoffnung, bei nächster Gelegenheit flüchten zu können und schnell den Weg zu Headers Haus zurückzufinden. Sie hört auf die Musik, die im Hintergrund läuft und prägt sich sogar die Seriennummer der Tonne ein, in der sie liegt. Bisher ist die Tonne nicht fest verschlossen, aber Kara hätte in dieser Situation trotzdem keine Chance, den Entführer zu überwältigen und zu fliehen. Nun hält das Auto in einer unbelebten Gegend an. Der Entführer holt die Tonne aus dem Auto, stopft Kara ein Stück Stoff in den Mund und legt ihr Handschellen an. Die Handschellen sind mit Plüsch überzogen, wie Kara in ihrem immer noch kühlen Kopf feststellt. Auch ihre Beine werden gefesselt. Jetzt verschließt der Mann die Tonne und legt sie mitsamt Kara wieder auf den Rücksitz. Während die Fahrt weitergeht, merkt sich Kara wiederum, welchen Weg das Auto nimmt. Ihre Chancen zu entkommen sind gerade zwar auf Null gesunken, aber sie gibt die Hoffnung nicht auf. Nun hält das Auto wieder an und Kara fühlt, wie sie mit der Tonne herausgewuchtet wird. Als nächstes spürt sie, wie die Tonne über den Asphalt gezogen und dann getragen wird. Den Geräuschen nach zu urteilen, befindet sie sich jetzt in einem Haus. Nach einiger Zeit hört Kara, wie eine Wohnungstür aufgeschlossen wird und nachdem die Tonne hereingebracht wurde, schließlich wieder sehr sorgfältig von innen abgeschlossen wird. Der Deckel der Tonne wird geöffnet und der Mann holt Kara heraus. Mit detektivischem Blick scannt sie den Raum. Inmitten teurer, geschmackvoller Einrichtungen tobt das Chaos. Die Wohnung steht voller Käfige, Aquarien und Terrarien mit Meerschweinchen, tropischen Fischen und Eidechsen. Inzwischen hat der Entführer Kara auf das Sofa gebracht und sich neben sie gesetzt. Laut überlegt er, ob jemand das Mädchen wohl vermissen könnte. In Kara kommt die Hoffnung auf, dass der Mann es auf Lösegeld abgesehen hat, auch wenn die Plüschhandschellen für sie eindeutig das Gegenteil sagen. Der Entführer stellt die Fernsehnachrichten an. Es ist kein Bericht über Caras Verschwinden zu sehen. Zufrieden und erleichtert sagt der Mann zu Kara, dass niemand sie vermisst. Die 15-Jährige lässt sich davon nicht beeindrucken, ist aber trotz ihrer kühlen Auffassungsgabe hilflos in der aussichtslosen Lage gefangen. Sie hat keine Idee, wie sie dem Mann entkommen könnte, aber sie arbeitet weiterhin an einem Plan und so prägt sie sich alles genau ein. Als nächstes wundert sie sich erst mal, denn der Entführer fragt sie eine Stunde lang über ihr Leben aus und schreibt ihre Antworten in ein großes Notizbuch. Dann klappt er es zu und für das Mädchen beginnt der wahre Horror. Über mehrere Stunden vergeht sich der Mann immer wieder an ihr, was Kara hilflos über sich ergehen lassen muss. All ihre bisherige Gelassenheit und ihre geistige Stärke können nicht verhindern, dass der Mann ihr das antut, was er von Anfang an vorhatte. Die Tortur sollte insgesamt etwa 18 Stunden andauern. Kara wehrt sich nicht, denn sie ist sich sicher, dass der Mann sie dann sofort umbringen würde. Sie weiß zwar auch, dass er sie aller Wahrscheinlichkeit nach sowieso töten wird, jedenfalls wenn er sich genug an ihr vergangen hat, denn sie kennt ja sein Aussehen, sein Auto und seine Wohnung. Aber so bleibt ihr wenigstens die Hoffnung, vielleicht noch irgendwie fliehen zu können. Um die körperlichen und seelischen Qualen zu ertragen, flüchtet sich Kara in Gedanken in eine andere Welt und redet sich ein, dass der Mann sie gar nicht verletzt, sondern sie eine Beziehung mit ihm hat. Diese Rolle spielt sie zwischen den Übergriffen auch gegenüber dem Entführer und schafft es so, sein Vertrauen zu gewinnen. Deshalb darf sie allein ins Badezimmer gehen und in der Küche etwas essen und trinken. Erstaunlicherweise nutzt sie diese Gelegenheiten weiter, um sich Hinweise auf die Identität und das Leben des Verbrechers zu merken. Sie entdeckt Quittungen von Läden, in denen er eingekauft hat, den Namen seines Arztes sowie seines Zahnarztes, Frauenkosmetikprodukte und eine Haarbürste mit langen roten Haaren. So schlussfolgert sie, dass ihr Peiniger eine Beziehung mit einer Frau hat, die möglicherweise sogar in derselben Wohnung wohnt. All das nützt ihr jedoch erstmal nichts. Ihre Chance kommt erst viele grausame Momente später, als ihr Peiniger aus Unachtsamkeit seine Pistole unbeaufsichtigt in Caras Reichweite liegen lässt. Cara entscheidet sich dazu, die Chance nicht zu nutzen. Sie hat das Gefühl, dass der Versuch, den Mann mit der Waffe zu überwältigen und zu flüchten, sehr schnell schief gehen könnte und mit ihrem eigenen Tod enden würde. Sie lässt die Torturen also weiter über sich ergehen, ungewiss, ob sie noch eine Chance zur Flucht bekommen wird. Ein paar Stunden später ist der Mann müde und verabreicht Cara Schlaftabletten, damit sie nicht weglaufen kann, während er schläft. Um ganz sicher zu sein, fesselt er sie noch mit den Plüschhandschellen an das Bett. Dann legt er sich neben sie und schläft ein. Trotz der Tabletten wacht Cara früher als der Entführer auf. Jetzt sieht sie ihre große, einmalige Chance. Geschickt windet sie eine Hand aus den Handschellen, sodass sie sich aus dem Bett befreien kann. An der anderen Hand hängen die Handschellen noch, während sie sich lautlos aus dem Bett und auf Zehenspitzen zur Tür bewegt. Sie muss sehr schnell und gleichzeitig sehr leise sein. Fast geräuschlos öffnet sie die Tür und schlüpft ins Treppenhaus. Nun rennt sie, so schnell sie kann, die Treppen hinunter und raus auf die Straße. Die ganze Zeit über befürchtet sie, dass sie von hinten gepackt und in die Wohnung zurückgezerrt wird, doch das geschieht glücklicherweise nicht. Sichtlich aufgelöst und immer noch mit den Handschellen an einem Handgelenk stoppt sie das erstbeste Auto und springt hinein. Die zwei Männer, die darin sitzen, verstehen sofort, dass es ernst ist, als Cara ihnen eilig erzählt, was los ist. Sie bittet die Männer, sie zur Polizei zu fahren und das machen sie ohne zu zögern. Auf der Polizeiwache erntet Cara jedoch erstmal ungläubige Blicke. Es scheint den Ermittlern unwahrscheinlich, dass ein entführtes Mädchen sich selbst befreit und dann auch noch mit so einer Klarheit über ihren Entführer berichtet. Sie vergleichen Caras Personalangaben und ihr Gesicht aber mit den Vermissten anzeigen und werden fündig. Es ist tatsächlich die 15-jährige Cara Robinson, die am Tag zuvor verschwunden ist und nun durch ihren eigenen Einsatz wieder aufgetaucht ist. Jetzt sind die Ermittler nicht mehr ungläubig, sondern voller Bewunderung. Kein ihnen bekanntes Entführungsopfer hat jemals so gehandelt. Cara will aber gar nicht bewundert werden. Sie will nur noch den Täter so schnell wie möglich zur Strecke bringen. Sie führt die Polizei nun also zu dem Haus, in dem der Mann wohnt. Allerdings hat sie beim Weglaufen etwas Wichtiges vergessen. Sich zu merken, in welchem Stockwerk und hinter welcher Tür die Wohnung ist. Der Hausmeister kann auch nicht helfen, bis Cara ihm beschreibt, wie der Mann aussieht und erzählt, dass er mit einer rothaarigen Frau zusammenlebt. Da klickt es beim Hausmeister. Er weiß sofort, das kann nur Richard Evernitz mit seiner Frau Hope sein. Als er den Beamten erzählt, dass das Ehepaar einen grünen Pontiac Trents entfährt, wissen sie sofort, Richard Evernitz ist der Täter, den sie suchen. Der Hausmeister führt die Ermittler und Cara zu der Wohnung und öffnet mit dem Ersatzschlüssel die Tür, nachdem niemand auf das Klopfen reagiert hat. Die Wohnung ist leer, der Täter ist weg. Er muss gemerkt haben, dass Cara weg ist und geflüchtet sein, weil er befürchtet, dass die Polizei gleich vor der Tür steht. Was er nicht bedacht hat, nun haben die Beamten die perfekte Gelegenheit, ganz ungestört die Wohnung zu durchsuchen. Sie finden viel mehr Beweise, als sie erwartet haben, und zwar nicht nur über Caras Entführung. Die Ermittler entdecken das Notizbuch und eine gut versteckte, verschlossene Box, in der sich diverse ausgeschnittene Zeitungsartikel befinden. In den Artikeln geht es um die Entführungen von drei Mädchen aus Virginia. Die 16-jährige Sophia Silver, die 15-jährige Kristen Lisk und ihre jüngere Schwester Katie Lisk. Alle drei sind in den Jahren 1996 bis 1997 in der Gegend von Spotsylvania verschwunden. Sie wurden am helllichten Tag entführt, genauso wie Cara. Sophia wurde sogar ebenfalls aus dem eigenen Garten entführt. Kristen und Katie verschwanden auf dem Nachhauseweg. Sie stiegen noch aus dem Bus aus, danach wurden sie nie wieder gesehen. Später wurden alle drei leblosen Körper an unterschiedlichen Orten in der umliegenden Landschaft gefunden. In Evonitz' Wohnung finden die Ermittler auch noch etliche strafrechtlich relevante Abbildungen. Auf einigen der Bilder ist deutlich zu erkennen, wie Evonitz sich an seinen Opfern vergeht. Es ist für die Beamten nun also offensichtlich, dass Caras Entführung keine Einzeltat war und es sich bei Evonitz um einen bislang nicht gefassten Serientäter handelt. Dass Sophia, Kristen und Katie ermordet aufgefunden wurden, ist der Verdacht zudem mehr als naheliegend, dass Evonitz nicht nur ein Serienentführer, sondern auch ein Serienmörder ist. Mit Sicherheit hätte er auch Kara umgebracht, wenn sie nicht hätte fliehen können. Mit der Erkenntnis, dass ein so gefährlicher Täter frei herumläuft, wird die Suche nach Evonitz umso mehr vorangetrieben. Der 38-jährige Mann ist jedoch erstmal spurlos verschwunden. Während die Beamten weiter seine Wohnung durchsuchen, wird Kara ins Krankenhaus gebracht. Zum einen braucht sie dringend medizinische Versorgung, doch zum anderen fehlt der Polizei auch noch etwas Entscheidendes. Die DNA des Täters Kara wird also auf organische Spuren des Täters untersucht und es werden DNA-Proben genommen. Diese beweisen nun zweifelsfrei Evonitz' Übergriffe auf Kara. Doch nicht nur die Verbrechen an Kara werden dadurch bestätigt, denn die Ermittler vergleichen jetzt die DNA von Evonitz mit der DNA, die an den Körpern der früheren Opfer in Virginia gefunden wurde. Und tatsächlich stimmen die Proben überein. Auch die Textilfasern, die an den leblosen Körpern gefunden werden, beweisen Evonitz' Schuld. Sowohl Fasern des Teppichs in seiner ehemaligen Wohnung, die sich nur unweit vom Fundort seiner Opfer befindet, als auch Fasern seiner Bettwäsche wurden gefunden, ebenso wie Plüschfasern, die zu den Handschellen passen, die Evonitz' Kara angelegt hat. Als nun auch Evonitz' Auto untersucht wird, finden die Ermittler dort sogar noch einen Handbeinabdruck und Fingerabdrücke von Kristin Lisk, obwohl ihre Entführung und Ermordung schon fünf Jahre zurückliegt. Sowohl bei ihr als auch bei den anderen beiden Fällen in Virginia sind die Ermittler vollkommen im Dunkeln getappt. Bisher waren weder die DNA noch die Textilfasern für die Ermittlungen hilfreich, da sie zu keinem Verdächtigen in den drei Fällen passten. Evonitz hatte keinerlei Verbindung zu den drei Mädchen, genauso wenig wie zu Kara, und es gab keine Zeugen, also konnte er ungehindert weiter sein Unwesen treiben, ohne ins Visier der Polizei zu kommen. Wenn Kara nicht so einen kühlen Kopf bewahrt hätte und so mutig gewesen wäre, wären Evonitz' frühere Taten wohl nie aufgeklärt worden und sie selbst wäre genauso tot gewesen wie die vorherigen Opfer. Allerdings ist Evonitz immer noch auf der Flucht und es wäre möglich, dass er bald das nächste Mal zuschlägt. Die Polizei muss ihn finden und verhaften, bevor er weitere Verbrechen begeht. Seine Frau ist dabei keine Hilfe. Sie macht zur Zeit einen Kurzurlaub in Disney World und hat von den schrecklichen Dingen, die ihr Mann getan hat, allem Anschein nach keine Ahnung. Sie weiß auch nicht, wo er ist oder sie will es nicht sagen. Auf die Nachricht, dass ihr Ehemann all diese schrecklichen Taten begangen hat, zeigt sie eine sehr verwunderliche Reaktion. Statt sich von ihm zu trennen und seine Taten zu verurteilen, bekräftigt sie, dass sie ihn ewig lieben wird. Die Ermittler vermuten, dass das ihre Art ist, mit der schockierenden Erkenntnis über ihren Mann umzugehen. Der entscheidende Hinweis kommt jedoch am 27. Juni, also schon drei Tage nachdem Evonitz Cara entführt hat. Evonitz' Schwester meldet sich bei der Polizei. Ihr Bruder hat sie angerufen und am Telefon gesagt, dass er schreckliche Dinge getan hat. Dann hat er einfach aufgelegt. Er hat sich jedoch mit seiner Schwester zu einem Treffen in Sarasota, Florida zum Mittagessen verabredet. Als Evonitz in dem Restaurant erscheint, wartet dort nicht seine Schwester, sondern die Polizei. Die Hoffnung der Ermittler, ihn zu überrumpeln und ihm einfach schnell Handschellen anzulegen, zerschlägt sich jedoch schnell. Evonitz merkt sofort, was hier vor sich geht. In Sekundenschnelle ist er wieder im Auto und drückt aufs Gas. Die Beamten tun es ihm gleich und so beginnt eine wilde Verfolgungsjagd. Allerdings rasen die Ermittler nicht nur hinter Evonitz her. Auf ihn wartet eine weitere Falle. Quer über der Straße liegt ein Spike-Streifen. Wie erhofft fährt Evonitz mit voller Geschwindigkeit darüber, sodass die Reifen platzen. Er verliert die Kontrolle über sein Auto und muss notgedrungen bremsen. Sofort rennen die Beamten zu seinem Wagen, um Evonitz zu verhaften, aber der ist schon wieder schneller. Er setzt sich kurzerhand seine Pistole an den Kopf und drückt ab. Er stirbt sofort und entzieht sich somit der Verhaftung und der Verurteilung zu lebenslanger Haft, die ihm nach dem, was er getan hat, sicher gewesen wäre. Die Beweislage gegen ihn ist eindeutig und angesichts dessen, dass er die Zeitungsartikel aufgehoben hat, sieht alles danach aus, als wäre er sogar stolz auf seine Taten gewesen. Ein genauerer Blick in Evonitz' Vergangenheit zeigt, dass sich seine abstoßenden Neigungen schon früh in seinem Leben angedeutet haben. Im Jahr 1987, also im Alter von 23 Jahren, hat er ein Mädchen in Jacksonville, Florida bedrängt, die gerade mit ihrer Schwester unterwegs war. Evonitz hat sich vor den beiden entkleidet. Da sich das Mädchen sein Gesicht gemerkt hat, konnte Evonitz kurz darauf verhaftet werden. Er hat jedoch nur eine kleine Geldstrafe bekommen und die Gefahr, die von ihm ausging, hat niemand bemerkt. Danach trat er nicht mehr polizeilich in Erscheinung. Es wird aber vermutet, dass er für weitere Übergriffe mit anschließender Ermordung verantwortlich ist, da es an mehreren Orten, wo er wohnte, ungeklärte Fälle gibt. Auch wenn seine Verhaftung anders verlief, als sich die Ermittler es vorgestellt hatten, kann Evonitz nun keinen weiteren Schaden mehr anrichten und niemanden mehr verletzen. Nur dank Kara konnte Evonitz überführt und dingfest gemacht werden. Die Polizei ist voller Bewunderung für das Mädchen, das selbst wie eine Polizistin gehandelt hat und bezeichnet sie als Heldin. Kara weist die Anerkennung jedoch zurück und verhält sich plötzlich gar nicht mehr so taff. Sie ist in sich gekehrt und will ihre Gefühle und Erlebnisse mit niemandem teilen. Ihre Eltern machen sich Sorgen. Sie erkennen ihre einst so lebenslustige Tochter überhaupt nicht mehr wieder. So cool Kara während der 18 Stunden in der Hand des Entführers geblieben ist, so kann sie das Erlebte nun nicht verarbeiten. Doch Kara gewinnt neuen Lebensmut, als sie bald einen neuen Sinn im Leben findet. Der leitende Ermittler ihres Falls, Sheriff Leon Lott, sieht in ihr eine begabte Ermittlerin und bietet ihr ein Praktikum bei der Polizei an. Während dieser Zeit fasst sie den Entschluss, sich zur Polizistin ausbilden zu lassen und setzt das nach ihrem Schulabschluss auch in die Tat um. Ganz am Ende ihres Studiums überwindet sie dann plötzlich ihr Trauma und das in einer Vorlesung, in der es um ihre eigene Geschichte geht. Bisher hat sie mit niemandem darüber gesprochen, doch nach der Vorlesung geht sie zur Seminarleiterin und erzählt, dass sie diejenige ist, von der diese gerade sprach. Auf einmal ist Kara wieder die, die sie vor dem 24. Juni 2002 war. Ihre Polizeikarriere dauerte allerdings nur drei Jahre. Inzwischen hat Kara geheiratet und Kinder bekommen und so beschließt sie, sich lieber um ihre Familie zu kümmern. Sie arbeitet jedoch ehrenamtlich, um Kinder und Jugendliche davor zu schützen, selbst Opfer von Gewalttaten zu werden. Kara Robinson ist eines der wenigen Opfer von Serienkillern, die es schaffen, am Leben zu bleiben und wohl vermutlich die einzige, die so entscheidend dazu beigetragen hat, den Täter zur Strecke zu bringen und so mit anderen Mädchen das Leben zu retten. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann kannst du mir das gerne mit einem Daumen nach oben zeigen und deine Gedanken zu dem Fall in den Kommentaren teilen. Schau auch mal in die Videobeschreibung. Dort findest du eine Playlist mit anderen spannenden Fällen. Vielen Dank fürs Ansehen und bis zum nächsten Video.